ja liebe videofreunde das ist das einsameste silvester was ich je gefeiert habe in den letzten jahren so ist das wenn man die frau eines flugzeugmechanikers ist ja pünktlich heute 24 uhr kommt ein flieger nach leipzig rhein und michael muss arbeiten und ist gerade so eben um 23 uhr außer haus gegangen was bleibt mir übrig es bleibt mir gar nichts übrig sondern ich werde alleine jetzt gleich in das jahr 2019 hineinrutschen ja und das witzige an der ganzen sache ist auch dass ich hier wirklich alleine in diesem hotel bin weil dieses hotel macht normalerweise jedes jahr silvester eine feier wo die gäste hier unten also mit diskothek und kleiner bar und mit buffet und einem pipapo und dieses jahr nicht dieses jahr haben sie die gäste von dem hotel in ein anderes hotel mitgefahren in ein größeres und dort findet eine große silvester gala statt und die haben sich praktisch zusammengeschlossen und ja hier ist also echt totentanz hier ist niemand in diesem hotel außer der nachtwächter und ich also es ist wirklich ein ganz merkwürdiges gefühl und ist auch ein ganz merkwürdiges irgendwie dann nicht silvester aber ein merkwürdiger rutsch weil bis eben war ja michael noch da aber ein merkwürdiger rutsch ganz allein in einem hotel hier zu sitzen das ist schon irgendwie komisch ja aber kann man nicht ändern und dann kommt noch hinzu ich habe mir sogar auch wenn ich alleine bin habe ich gedacht nimmst du ein bisschen tischfeuerwerk mit und habe auch sogar wunderkerzen für 0 uhr mit genommen ja und jetzt kommt auch noch mal also es ist kein feuerzeug hier also kann ich das auch nicht anzünden also was hilft da sekt so der counten läuft die letzten sekunden 2018 5 4 3 2 1 frohes neues jahr frohes neues jahr liebe video freunde und viel gesundheit und glück wünsche ich euch brust ein frohes neues jahr 2019 mit viel gesundheit schön reisen und dass sich eure wünsche erfüllen die ihr so habt viel freude spaß glück es gibt so viel ja der mann also feiert schön wenn die das sehen sind sie wahrscheinlich haben sie kater die leute also ein frohes neues jahr nochmal und bis bald bis bald tschüssi